hier noch schnell Krusch zusammensammeln unterwegs mit dem Max auf dem Hockenheimring auf dem Touristenfaden ich will immer Trackdays sagen aber ist ja nicht so bereit? hast du noch ein paar letzte Worte? brauchst du Sitzheizung? da vorne ist ein gt3 noch aber ist teilweise echt rutschig beim bremsen auch naja schon es trocknet auch nicht richtig ab der fährt erst ab ja den ist der einzige Gegner den wir haben wollen ja es stimmt also der Max der jagt jetzt den hier den den weißen gt3 rs 991 der hat halt sie mies drauf ne? ja ich glaube so CUP Reifen da will es aber einer wissen du lecker wie hier alter das war ein Fummusglück das war jetzt aber ich liebe Regen ich liebe Regen der hat aber ein schlechtes Gewissen ja ja da musst du aber sagen hey und das mit ESP an jetzt musst du überlegen wenn das aussah dann wärst du jetzt weg wahrscheinlich auch schön so ein alter Z3M da hat sich doch schon wieder gelohnt mit 50 Euro oder? Zumindest für das Video, auf jeden Fall. Ja, ist mega gut. Mir macht das Spaß. Ja. Ja. Die Kurve kann ich nicht einschätzen. Boah. Ah, du fährst echt zügig, muss ich sagen. Bei dem Wetter. Ich fahre schnell rum. Nein. So, Touristenfahrt in Hockenheimring. Ich bina. Ich bina. Auf. Er ist mehr zu. Auf. 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 Entweder Ich bina. Spiel. Hier ist ein alter constitu any. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020